Hallo liebe Fußballfreunde, Thema YouTube-Kanal von Fußballfreunde, von Kommentarri vorlesen. Mein YouTube-Kanal von Fußballfreunde werde ich Kommentare vorlesen. Aufrufe, 27 Aufrufe, 2 Daumen oben und 2 Kommentare werde ich jetzt gerade vorlesen. Schämst du dich nicht? Was ist denn? Was ist los? Warum soll ich mich verschämen? Hat er doch gut gemacht. Genau vom 2. Kommentar war doch gut wie ich ausgebaut. Danke. Ich sag ich mal viel Spaß von diesem Video. Das Video. zum nächsten Mal.